Guten Abend, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garry's Mord Horror Maps Dieses Mal mit zwei neuen Kandidaten, wo es eigentlich immer noch dieselben sind Und zwar einmal Valle und einmal die original kleine Schwester von Yuka Ja, eins muss ich sagen Es ist schon wieder fucking Nulle Und so langsam scheiße ich drauf, dass meine Eltern, dass ich sie langsam aufhecken kann Meine Zimmertür ist zugesperrt und alles ist dunkle in meinem Zimmer, außen meine Leute in der Tastatur Ey, es ist 3 nach 0 Halt dein Maul, du Bastard Ja, wir spielen die Map Scary, Under, Scary, Gmon, Under, Coop Irgendwie eine zusammengeschweißte Map von diesen vier Maps oder was weiß ich Schon wieder vom selben Entwickler, von, äh, wichser, äh, wichser, Entwickler von Hannu Korvala, also Valle, warum bist du, Valle, warum bist du Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an Ja, genau, ich cheat mir, ich cheat mir einfach ein scheiß Crowboy, halt dein Maul Halt dein Maul, vor allem weil dein eigenem Bastard, halt deinem ne scheiß Fresse Ne, da, oh nein Das ist nicht verarschen Sorry Alles gut Oh Gott Das war dezent gruselig Das war dezent gruselig Das war dezent gruselig Was soll Marschallah, was ist das? Ich hab' hier's Gang aufgehauen Hey lol Oh fuck Also, ob du dich da verschreckt, dass du ein bisschen lappst Lass mich Lass mich Lass mich, hör' ich geh' hier rein, Alter Was zum Fick ist das hier? Das sind Türen, die gehen safe zu Hey, der legt Shotgun, Moni Buh, Buh, Buh Ey, ich hab' ne Shotgun gefunden, ne? Hö, das ist jemand, Sonne? Wo bin ich? Hilfe, Hilfe, Leute, wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott Oh Gott Oh du Fick Ich bin in einem endlosen Gang Ey, da ist ein Lüge Ey, da ist ein Lüge Ey, da ist ein Lüge Ich bin hinter dir Äh, bei mir ist ein Lüftungsschacht, ne? Warten, wir sind in dem momentlichen Gang kurz Ja, wir kommen nicht mehr raus Ja, komm, 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 komm Warte Äh, ich hab' ne Shotgun, bei mir liegt da noch ne Shotgun, by the way Wie komm' ich weg? Mach' mal du mal, mach' mal du, ah, da, ich bin raus Was? Hä? Ne, wir gehen immer noch in den Kreis Wo seid ihr hier Leute? Wir sind in einem ordentlichen Kreis Sock' mal, bei mir ist hier ein Lüftungsschacht Wir kommen ja nicht raus Wir kommen ja nicht raus Wale, du? Ich bin ja bei dem hier eingesperrt Nein, warte mal, warte mal Ich gehst durch den verfickten Lüftungsschacht, Alter Den will mal Was denn? Mach mal Dreh mal um, hör mal um Ah Wir sind ja draußen, wo wirst du? Schlag mal Oh, ich kann nicht ja Komm, wie Äh, der war eigentlich grad voll traurig Wo seid ihr? Hier, bei den Hi, komm mal mit Ich bin, ich war hier irgendwo hier oben Bin runtergegangen, hab ne Pumpkan gewunden und bin jetzt hier Äh, Jeff hat das zu deine Periode ja Uff! Du Matsch! Alter, du bist... Fick dich einfach nur! Mach doch einfach auf, Alter! Geht ja nicht! Am Arsch, das geht auf! Ih! Kevins! Oh, mein Gott, geweckt! Das ist deine Mission nicht! Ja, als ob das nicht aufgeht! Go, Wally! Willkommen beim Second Channel! Das ist eine Second Chance, aber okay! Bitte, aber da sagt gerade jemand! Da sagt gerade jemand! Äh? Ach, nicht, was erkaufen würde ich sagen! Ey, du gehst jetzt baden, ja? Dann muss ich mal wieder waschen! Nee, nee! Geh baden! Nein! Geh baden! Wally, geh nochmal baden! Sehst du, da ist ja nichts! Entschuldigung! Warte mal! Ich bin jung! Und sieh mir! Deine Mutter stinkt! Nach Leukämie! Was? Juggi! 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 Die, was sind das für gepanzerte Holzstühle, Junge! Weil die sind aus Stahlinien! Ja, genau! Oh, hier Illuminati-Zeichen! Illuminati! Juggi! 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 fit! Ich lass auch mal hier hin! Die ja propertieschen! They, die rapping des schaden. Hey, warte, warte, jetzt requirements! Wo seiten hier? Oh! Ja! Ich hab was gefunden. Wo? Was sagten! Also Werbel найдDB. Ach, mal falsch! Sorry sorry... Woher gang die mêsstand ongelaufen. Werbe 알고 flaws? Das war fair! Ich hab's gehört! mal so schön wir sind immer in die Art der die Sachse scheiße war nicht wieder hoch jetzt geht das auch nicht so wie sie ist ein Spaß alter in die von drei Türen vier mehr die Welt führen Wau und Bodo Warte, I see you, you don't see me Hä, aber ich kann aber da durchsehen Oh ne, von hier, ah, warte mal Was? Warte, geht vor Ach, keine Ahnung, komm, wir werden doch gemeinsam irgendwie Wow, Jolly wohnt hier anscheinend Ey, guck mal Da ist jemand tot Oder hat T-Pose bei mir Bei mir ist er eine A-Pose Ah, ah, ah No, es Wird zu schocken Was gibt es? Oh, was, was Sah nicht davor, sah nicht davor anders aus Ja, bin mir vorher eh tot Äh, ich hab das Ding Ja, gut Ja, gut Wer auf, bin tot Was soll das hier eigentlich darstellen Hört auf euch zu heilen Wobei, eigentlich könnte man sich eigentlich heilen Könnte man halt, könnte man sagen Schränke, oh Gott, Alter, what the fuck Wow Doch, hier, oder? Ja, nein, nein Was ist denn jetzt los? Arschloch, hat mich erschreckt Wo müssen wir die Dreiecke hinbekommen? Äh, da kann sein, am hinten, am Ende des Gang ist Da Ja, bei dem Minimiatrischen Style Okay, was ist in diesem Raum? Ey, ich sag, dass die Kisten explodieren, Alter Und ich krieg was, was ich ins Gesicht, Alter Pass auf Oh, es passiert nix Bei mir ist es wahrscheinlich Oh Gott, ich geh jetzt wieder rein So, pass auf, Alter Was hat jetzt hier passiert? Das Blut wird mutieren, Alter Und es wird mich anspritzen und durchbohren Pass auf Nein, es ist einfach nur AIDS, durch das Blut Ach, Mann Hier sind noch ein Die Tür geht nicht auf Was soll jetzt hier passieren? Häh, nein Ich hab nicht, weil ich nicht draufgeguckt Es ist ein ganz normaler, verfickter Raum, wo Computer sind Und ich werde nicht angeschrien, Alter Was wird jetzt hier passieren? Hier ist ein Dreieck Können wir das nehmen? Wow Wow Oh Aua, 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 Aua Wow, ich hab nen Gang geöffnet Aber ich will die andere Tür noch erkunden Ne, okay, es gibt hier keine andere Tür Gut gemacht, Vali Oh, wurde der Bitch slappt Sorry Wo bist du gespored, Alter? Hier hinten Geht so gut Was hast du gesagt? Ich will da nicht lang Ich schon Ja, Vali, du vor Der Typ, der sich nie erschreckt Ich erschreck mich schon Ich erschreck mich schon Ja Fuck off Fuck off Ja, das denk ich auch über die Map, Alter Fuck off Das ist doch nicht der Anfang Hier ist einfach rüberkam What the fuck? Leute, was wird passieren, wenn ich diesen Gang entlang gehe? Äh, du kriegst keinen Jumps gehabt Okay, dann gehst du jetzt vor Ne Nein, du gehst Nein, 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 ich will das Nein Ich wollte vorgehen, aber okay Dann geh ich hier vor Na gut Oh, Gott Oh Gott Wieso werde ich getroffen, Alter? Ja, du, ein Aschloch Äh, warte mal bitte auf die Yuka Äh, ich will da nicht reingehen, ohne Yuka Yuka, vorher Ja, chill Na, lass mal Ich bin der Einzige, der cool aus Ja, also Ja, also Ja, geh mal rein, wale Okay Wurde, geh mal drücken? Wurde, geh mal drücken? Wurde, geh mal drücken? Wurde, geh da Was war denn? Na, einer muss es aufmachen, die andere müssen zurückgehen, ja, aber weißt was, ey Ja, okay, komm Ja, okay, komm, Jeff, ich und du geh'n zurück Okay Nee, was war die mein Drücken? Bozien Was? Ja, der Ding ist mein Patient Ist das extra? Ja Ja Du Arschgege So, was passiert denn jetzt? Aua Mann, das klingt so traurig Hör auf, die Crossbow zu verwenden Hör auf Mach auf Mach auf Aber jetzt, warte, jetzt musst du herkommen Komm Kappa Naja Lila, Lulan Ja, hallo Ja, hallo Geh weg Ja, lag, wenn wir aufmachen können Ja Ja Komm her Nein, hör auf Nein, nein, hör auf Nein, nein, hör auf Das ist noch 5er weh Weg, Teehchen Ja Mach auf Ja, hör doch mal auf, Alter Mann Mach auf Mach auf Ja, so, ja, stimmt Gebt einfach doch Alter So Fick dich Stopp, bitte Ja, nein Wiii So Ja, warte mal kurz Ja, was ist das für vier Ecke? Die müssen ja richtig irgendwie, glaub ich, kurz Die richtige Die richtige Drei Folge Ah Also müsst ihr sie einfach nur richtig platzieren, oder was? Ja, und warte, dann wer aufwind Ah, warte, dann geh zu kleine, dann geh zu kleine Striche auf von dir Weil ich hab ne ganz gute Idee, ich hab so ne ganz gute Zauberei G-I-D Alter Tadaa Warte Warte Ich hab's, ich hab's Nein, hast du nicht Doch, hab ich, das ist Under Cube Komm mit Ja, er hat das Ding Lomsker Ich ram-range dich, gehört Nein, dann geh ich nicht hoch, tschüss Geh lieber da rein Ich geh hier rein Okay, hier gibt's nix Ich bin die Toilette Hier implodiert was Ich weiß es einfach und ich krieg Gänsehaut hoch 10 Komm Nein, nein, nein Oh Ich geh jetzt nicht Ich war einfach nur, wie der halbe Tischkurs bei Wally vibriert, Alter So, was könnte denn genau hier jetzt passieren? Weil ich schon vorgegangen Na so Spass Ich bin wieder hinten Wo, was brauchen wir für die Tür? Wir müssen die Tür aufmachen, hallo Welche Tür? Die ganz hinten Wir sind hinten Mein Eingang Okay, wir haben das, hä? Ist besoffen? Nein, ich bin Probieren Äh, hi! Ich brauche den echten Knopf, rechts Jetzt ist es immer gut Okay Warte, ihr müsst ja gar nicht... Ja, ja, warte mal Ah, jetzt wieder rechts Wieder rechts Nein Und jetzt wieder rechts Jetzt, soll ich mal mit Absicht links drücken? Nein, bitte töte uns nicht Rück links Du Arschloch Es war rechts, links, links, rechts Geh nicht, geh aus mir Ich bin hier Hier, hier, hier Was? Ich bin nicht dumm, ich bin nur behindert Ey! Ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm Oh, congratulations You have managed to find Finish scary United Coop Oh mein Gott, du Arschloch Hä, ich hab nichts gemacht, hä? Also ich hab... You managed to... Was? Ich hab die Manage map gefinished Hä, nee, bei mir hab ich sie auch gefinished Ja, okay, dann wär's das, glaub ich, mit der Folge, oder? Oh, Tromusik Oh! Ich erschreck mich einfach... Ich hab mich ernsthaft durch die scheiß Granate erschreckt Alle, verfick dich Ich verfick dich, hab ich gesagt Du scheiße, du verarschloch Ist so nett Rambo Rambo gambo Ist gut, Mann Okay Ja, okay, dann würde ich mal sagen, dass er es mit der Map Ja Bis dahin und Tschüss, gute Nacht